Das hat mich unwahrscheinlich gestört. Das stimmt ja nicht um seine Krankheit von dann um... Ich schreife in die Hand. Also ich fühle mich zunächst mal bei dem Platz herzlichen Dank, was ich in der Woche gemacht habe. Ich würde es jetzt mal einfach bitten, die Führung auch damit zu machen, wie in der Konzession. Blöde. Ja. Ja.